O du Mönche, O du Selige, Nadelbrühe! Ah, hey, das klingt ja furchtbar. Ja, wie zu Hause. Hey, was machst du denn hier auf dem Balkon? Versuch die Austern zu verdauen. Hey. Und? Hast du die Klasse gegessen? Ich hätt gar keine essen sollen. Ich hab 16 gegessen. Weißt du ja warum? Nee, nach Moschernisglut Kuschel. Warum hast du das gesagt? Ich weiß nicht. Ich studiere Medizin? Mann, ich bin Metzger! Schlafe Medizin! Schlafe Medizin! Schlafe Medizin! Spürst du mit mir? Spürst du mit mir? Warte, Moment. Benni, du bringst Onkel telefoniert. Spürst du mit mir? Später, Benni, Onkel telefoniert. Mit wem? Später! Die sagen mit deinem Betthäschen. Ah, und nochmals vielen Dank. Hier, der Champagner. Ich bringe Ihnen ein Gläschen Champagner. Ja, vielen Dank. Auf ihr Wohle. Meine Flesse ist das hoch. Egal. Hopp. Kennen wir uns? Nein! Und genau mit diesen Gedanken kann ich nicht weiterheben. Ja, ich sehns. Pass auf, folgendes. Die scheiße, krasse Scheiße, ihr lauert mitten auf dem Balkon der Weihnachtsmann. Schlaf im himmlischer Ruhm.